Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hellblade Sinua Sacrifice. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir haben die erste von vier Prüfungen überstanden und gucken jetzt mal, was die zweite Prüfung ist. Wo sind wir? Ich fühle mich nicht. Ähm, also ich hab echt... Irgendwie hängen auch die Cutscenes. Ich hab versucht in der Folge von gestern so eine Asynchronität auszugleichen im Schnitt. Aber hier hängen die Cutscenes ja gerade schon wieder. Also irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich das Spiel dann irgendwie mal neu starten muss. So ist komisch. Ich guck gerade, ob ich den auch irgendwo eine Rune finde. Ich weiß nicht, warum das gerade so leggy ist. Ah. Schwierig. Es ist ein Test. Wie die alten Warrior Trials. Dillion wird mir helfen. Und ich weiß nicht, ob es... sie kann mit dem Ruhig fühlen. Sie kann es auch nicht in der Lage sein. Sie kann es einfach mal erinnern. Oh, don't worry, not everyone can. It was a warm spring day when she went to the river with Dillian and the others. But the water. She could taste the rot. No one else could. She knew something was wrong, something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough, as the bodies piled up, no one was laughing. And they knew that she was not like that. Wow, jetzt kommen hier wieder diese Illusionen. Erinnert ihr euch noch an den Beginn vom Spiel? Da mussten wir auch immer durch Tore. Um weiterzukommen. Okay, wir müssen wieder den richtigen Linkel finden. Um die Brücke zu reparieren. Wir werden hier sicherlich nicht umsonst durchlaufen können. Und dort hinten ist auch eine Leiter nach oben. Wo geht's hier hin? Ach, nach oben. Auf die Brücke, okay. Okay. Also entweder wir müssen durchs Tor. Ja, müssen wir, weil jetzt so kommen wir gerade noch nicht hoch. So, wie kommen wir die Leiter hoch? Okay. Wo soll ich noch ein Tor? Wo soll ich noch ein Tor? Oho? Also, wenn wir die Musik hängen. In that house. Hier. Ja, so ist hier ungefähr gefixt. So? So? Okay. Auf zum Haus. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, gibt es in diesem Abschnitt nur zwei Ruhmsteine. Die wir finden könnten. Vielleicht finden wir noch einen. So? Senor! Come to me! Where are you? I'm here! I'm right here! Are you in there? Come out if you want. Will ich herauskommen? Hm, nö. Ah, ich hab was gefunden. Fuck yes! Dillion! I'm coming for me! Wir sind aber jetzt woanders. Wie soll ich zu ihm hingehen? Was? Ne, ich glaub nicht, dass wir zu ihm hingehen sollen. Schrocken! Die wunderbar, die Gäste. Wird die Gäste. Das ist ein Schrocken. Wird die Gäste? Wie gesagt. Und zwar. Du bist so. Wird die Gäste. Die Gäste. Wird die Gäste. Der Gäste. We are you in seiner Person. Da ist die Gäste. Sie? Ruh! Run! 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 Du bist gut. Woh? Oh! Ich denke ich steu hier hin. Was passiert hier? Ja Die Rune sind relativ freundlich zu sehen Oh du Kacke Wollen sie jetzt alle nochmal suchen? Ah Warum kommt der? Ah Was habe ich jetzt doch alle? Ich habe ja noch gar nicht alle Warum sagen die es halt zum Tor? Ich muss ihn abschütteln Ich muss ihn abschütteln Ich muss ihn abschütteln Oh Sargasse Ganz schlecht Bin ich das Tor jetzt nochmal? Äh bist du hier? Hatte ich das schon? Äh Nicht nochmal Nein Ich finde den Weg nicht mehr Das stresst mich gerade Super doll Ich hasse solche Verfolgungsgeschichten A La AP Herr As Herr Sanua! Sanua! What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just... people. Good people, but... they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. That doesn't make that true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are like I am. You're not a monster. Without you... this darkness has made me a monster. What if this is pointless? What if you're wrong? What if this has nothing to do with the sword? What if we're wrong? The sword will never be wrong. What if this is the end? It's just a trick. It's just a pointless test. You've been fooled before, you could be fooled again. We have just only one stone found. I think there were actually two there. It's just that game for you. You never know which way it's going to go. You never know which way it's going to go. Next test... We'll do it tomorrow. I know, the episode is now a little bit shorter. But I'd like to start with the test. 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 I'm excited to see you next time. See you tomorrow, good morning and make it good.